Hallo miteinander, wir sind jetzt am zweiten Tag, wir haben jetzt am Vormittag unsere bisherigen Wände angeschraubt und alles mit so Luftdichtigkeitsbändern abgeklebt, was wir bisher abkleben können. Der Kran ist jetzt gerade gekommen und jetzt heben wir die nächsten Elemente ins Haus, das heißt die äußeren vier Wände stehen jetzt und jetzt fangen wir mit der Innenwände an. Ihr seht jetzt hier liegen die ganzen Teile, die wir gestern geliefert haben bekommen bzw. den Rest. Das wollen wir jetzt heute alles verbauen und der Kran ist jetzt auch schon da, macht sich gerade bereit, schwenkt sein Arm gerade aus und dann geht es für heute weiter. Wir machen jetzt mit der Innenwände vom Erdgeschoss weiter und versuchen natürlich beim besten Wetter die Decke des Erdgeschosses zu montieren. Ich lasse euch gleich nochmal runter schauen, wie das so ausschaut da, aber bis jetzt passt alles super. Wir haben nur ganz leichte Schäden an ein, zwei Platten festgestellt, aber so ist es wirklich wie ein Putzler, es passt tipptopp zusammen. Genau, wir haben ja gestern Nachmittag bzw. Abend noch die Außenwände vom Erdgeschoss aufgestellt, inklusive dem Überzug für die Hebeschiebetür. Was heute passiert ist, ist die Trennwand zwischen SAWC und Kurbereich bzw. die Trennwand zwischen Treppe und Eingangsbereich. Jetzt schwebt schon das nächste Teil her, es hängt oben am Kran, schwebt ins Gerüst, über den Gerüstbereich rein und er hat dann, ja, abgesetzt und in die Position gebracht. Während die Kollegen und die Philomena das unten montieren, bin ich schon einmal oben am Vorbereiten für die Flächhalter bzw. für die Zugteile für das Obergeschoss, dass wir dann nachher bei der Positionierung von den Deckenplatten bzw. von den Wänden im Obergeschoss einfach einen Anschlag haben, eben, dass wir die Platte da außen anlehnen können und dagegen drücken können, dann ist die Position auf jeden Fall schon einmal sichergestellt. Genau, und so geht es da bei uns zu. Und immer mehr wird vom Haus aus dem CAD in Echtsicht kommen. Es ist jetzt soweit die große Trennwand, die bei uns im Treppenhaus sitzt. Wir haben es jetzt gerade mal positioniert. Und jetzt wird es mit der Platte fixiert, dass es nicht umfällt und dann schauen wir, dass wir uns in Position drehen. So, wir haben jetzt den ersten Fäller entdeckt, der nicht passt hat bei unserer Planung bzw. in unserer Planung schon die Treppe von der Holzbaufirma gekommen ist. Das ist jetzt minimal unten der Treppenlauf. in der Mitte, wo der große Hammer liegt. Das soll dort eigentlich fünf Millimeter weiter hinten sein. Dann schauen wir mal. Wir fangen mit dem ersten Stock an. Das ist jetzt die mittlere Bodenplatte. Und die setzen wir jetzt genau da hin, wo gerade der Daniel ist. Und wird dann an die große Wand eingefadelt. So, jetzt wird es dunkel hören. So hell wie es davor war, wird es nie wieder sein. Es ringt wieder. Aber heftig nichts. Und so weitermachen. Schauen wir mal, dass wir oben zubringen. Und dann, ja, hoffen wir, dass der Spuch da oben, die graue Wolken da, schnell befreit sind. Das Ergebnis ist folgendes, was ich euch gleich zeige. Die Decke ist drauf. Im gesamten Erdgeschoss. Aber der Regen war stark genug, dass auch ein bisschen der Boden voll mit Wasser ist. Fehler, was tun Sie noch oder schönes? Ja, ich wische das erste Mal zum Boden in mein Haus. Ah ja, seh. Also die Decke wird gerade eingerichtet, wie man hört. Und naja, jetzt hört es auf zum Ringen. Und so läuft es, wenn der Wetterbericht ganz viel Sonne schneit verspricht. Ja, okay, wir müssen jetzt wischen. Bis gleich. Irgendwie regnet es immer noch auf unserer Baustelle. Ein bisschen nass. Der Boden ist voll poliert. Es glänzt überall. In die Löcher läuft das Wasser rein. Hier läuft das Wasser rein. Unten ist ein bisschen schmutzig. Genau so haben wir uns das vorgestellt. Aber es gibt nichts. Aber es gibt nichts. Das Wasser auf unserem Obergeschossboden ist wieder weg. Das Wasser auf unserem Obergeschossboden ist wieder weg. Und auch die Handwerker sind weg. Also was wir bis heute geschafft haben, wir haben das gesamte Erdgeschoss aufgebaut. Und wir haben den oberen Boden gesetzt. Sprich die Decke vom Erdgeschoss. Wir sind jetzt gerade dabei, die Decke komplett zu verschrauben. Jetzt können wir uns das einmal kurz anschauen. Wird vorgebohrt. Nun kommen da relativ lange Schrauben. 240 Millimeter lange Schrauben rein. Und das verschraubt jetzt eben diese Fläche mit den Wänden. Das Ganze mache ich jetzt auch noch für alle Wände im Innenbereich. Und dann glaube ich, da werden wir für heute aufhören. Was wir auf jeden Fall noch machen, ist das Gebäude nochmal mit der Plane vor Regen sichern. Damit uns nicht über Nacht nochmal eine Überraschung zufliegt. Genau. Es war ein anstrengender Tag. Es war ein bisschen ärgerlich beim Regen. Aber das, was jetzt dabei rauskommen ist, ist ziemlich schön. Wir haben unsere mittlere Wand aufgestellt, die sich durch das ganze Treppenhaus erstreckt. Wir haben das komplette Obergeschoss bzw. dessen Boden aufgebaut. Man sieht jetzt schon die Erschließungsbohrungen für Heizung, Lüftung etc. Wir haben ein bisschen unsere Treppe, die in unserem Brettsperrholzhaus ja schon ab Werk mitkommt. Ein bisschen nach Hühnertreppenart provisorisch aufgebaut. Das ist das Ergebnis von dem zweiten Tag. Bis jetzt sind wir extrem zufrieden. Es gefällt uns richtig gut. Und ja, schauen was morgen passiert. Hoffentlich hält das Wetter. Ja. 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 Das ist die Einzige. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020